Am 17. Juni regnet es, was ein Segen für die örtlichen Bauern ist, aber eine schlechte Nachricht für uns. Wo gestern noch Pfade waren, sind heute schlammige Bäche, die mir bis zu den Stiefelspitzen reichen. Unser Kommandant kommt am Mittag und überbringt schlechte Nachrichten. Wir müssen noch ein paar Tage hierbleiben. Am Abend klärt sich das Wetter auf und ein Spaziergang zum Brückenkopf am Bug entspannt meine Nerven, die in den letzten Tagen sehr gelitten haben. Wunderbar. Ich kenne jetzt den Tag des Angriffs. Er wird am 21. Juni auf breiter Front erfolgen. Was werden die nächsten Wochen bringen? Ich denke mit Sehnsucht an meine liebe Familie. Wie ich mich schon so oft gefragt habe, frage ich mich, ob meine Sehnsucht einfach daherkommt, dass ich die Annehmlichkeiten des zivilen Lebens vermisse. Daran habe ich auf dem Weg zu den Festungsanlagen im Bug gedacht. Eine solche Vorstellung ist nicht möglich, denke ich immer wieder an Roselle und Buzi Ben. Wie sonst könnte mich die wahre Liebe, die in jeder Zeile ihrer Briefe zum Ausdruck kommt, so tief berühren? Diese beiden Menschen sind das Wertvollste, was mir das Leben hätte nehmen können. Meine Gedanken sind bei Papa und Mama, diesen beiden gütigen Wesen, die Liebe zwischen uns ist groß. Mit Dankbarkeit denke ich an all das Gute, das sie für Roselle und mich getan haben. Mit Gottes Willen werde ich die nächsten Wochen um ihret Willen überleben. Am 18. Juni wird es nun ernst. Im Schutz der Nacht wird die gesamte Division in Angriffsformation gehen. Die Verstärkungstruppen des 528. Infanterie-Regiments sind heute gegen Mittag eingetroffen, junge Männer mit frischen Gesichtern. Für einige von ihnen wird die Sonne nur noch ein paar Tage scheinen, das ist das Schicksal des Soldaten. Ich rechne damit, dass der Angriff am Sonntag entlang der gesamten Front erfolgen wird. Dieser neue Tag hat mir schon große Freude gebracht. Zwei schöne Briefe von meiner lieben Roselle und einen süßen Brief aus Hanau. Am 19. Juni lassen mich meine letzten Beobachtungen vermuten, dass unser Zug mit heftigem Widerstand rechnen muss. Wird unser Überraschungsmanöver gelingen? Weiter hinten sind die Bauern gezwungen, ihre Felder und Grundstücke zu verlassen. Unsere Truppen könnten auch morgen vorrücken. Es ist entsetzlich. Die Frauen der Bauern werfen sich auf den Boden und raufen sich die Haare. All dieses blutige Geschrei, man kann ihnen nicht helfen. Hurra! Die größte Schlacht aller Zeiten wird übermorgen beginnen. Am 20. Juni wird unsere Hütte verlassen, die Division ist eingetroffen, letzte Vorbereitungen für den Angriff auf die Bugbefestigungen. Am 21. Juni beginnt der Angriff heute Nacht um 3 Uhr morgens. Wir sind der Gruppe von Kleist zugeteilt. Unser Auftrag ist ein schnelles Vorrücken in einer Keilformation, unabhängig von D-Tiefs. Im Moment liegt eine wunderbare Stille in der Abenddämmerung über dem Land. In wenigen Stunden werden die Hütten im Dorf in Flammen stehen, die Luft wird voll von heulenden und kreischenden Granaten sein, die Wucht des Bombardements wird die Felder und Straßen zerreißen. Wie erstaunlich ist es, dass wir wieder einmal Teil dieser Kampfoffensive sind. Unter dem Schutz Christi Lebe wohl, meine Frau und meine liebe Erika Lebe wohl, meine lieben Eltern Ihr werdet morgen in meinen Gedanken sein Macht euch keine Sorgen, das Los der Soldaten wird mit mir sein Am 22. Juni, plötzlich, genau um Viertel nach 3 Uhr nachts und scheinbar aus dem Nichts, ertönt die Eröffnungssalve aus den Läufen hunderter Geschütze aller Kaliber. Das Heulen und Staccato des stalinischen Arsenals erfüllt die Luft, als habe das Armageddon begonnen. Es ist unmöglich, unsere Welt in einem solchen Inferno zu begreifen. Unser Heimatland schläft noch unschuldig, während hier der Tod bereits eine reiche Ernte einfährt. Mit blassen, aber entschlossenen Gesichtern kauern wir in unseren Löchern und zählen die Minuten, bis wir die Befestigungen im Bug stürmen. Ein beruhigendes Abklopfen unseres Ausweises, das Bereitmachen von Handgranaten, das Sichern unseres Maschinengewehrs. Es ist jetzt halb vier Uhr morgens. Ein Pfiff ertönt, wir stürzen aus der Deckung und überqueren die 20 Meter zu den Schlauchbooten in wahnsinniger Geschwindigkeit. In einem Wimpernschlag sind wir auf der anderen Seite des Flusses, wo uns donnerndes Maschinengewehrfeuer erwartet. Wir haben die ersten Verluste zu beklagen. Mit Hilfe einiger Sturmtruppen dringen wir langsam, zu langsam durch den Stascheldrahtsaunvor. In der Zwischenzeit schlagen Granaten in die Bunker von Mokono ein. Wir kommen endlich aus dem Schlammercell heraus und stoßen mit wenigen Schritten auf den ersten Bunker zu, erreichen dessen toten Winkel. Die Roten feuern wie verrückt, aber sie können uns nicht erreichen. Der entscheidende Moment ist nah. Ein Sprengstoffspezialist nähert sich dem Bunker von hinten und schiebt eine Bombe mit kurzem Zünder in das Feuerloch des Bunkers. Der Bunker erzittert, schwarzer Rauch steigt aus den Öffnungen auf und signalisiert sein endgültiges Ziel. Wir rücken vor. Molokow ist um 10 Uhr morgens vollständig in unserer Hand. Die Roten, die von unserer Infanterie gejagt werden, zerstreuen sich schnell in Richtung Biskani-Zoruski. Denn die Überquerung des Flusses durch unsere Panzer entwickelt sich langsam. Wir erhalten den Befehl, das Dorf von den verbliebenen feindlichen Kämpfern zu befreien. Das Gebiet wird Haus für Haus durchkämmt, unser Beschuss hat große Schäden angerichtet, aber auch die Roten haben ihren Teil dazu beigetragen. Langsam gewöhnen sich unsere Nerven an die schrecklichen und nur allzu bekannten Bilder. In der Nähe des Zollhauses der Roten liegt ein großer Haufen gefallener Russen, die meisten von ihnen durch die Bombardierung verstümmelt. Im Haus nebenan liegen ermordete Zivilisten. Die grausam entstellten Leichen einer jungen Frau und ihrer beiden kleinen Kinder liegen zwischen ihren verstümmelten Habseligkeiten. In einem anderen kleinen, sauberen Haus muss ich an euch, Roselle und Erika, denken, wenn ich solche grausamen Bilder sehe. Wie gut, dass wir diese mörderischen Bestien ausrotten können. Wie gut, dass wir sie verhindert haben. Denn in wenigen Wochen hätten diese Hunde auf deutschem Boden sein können. Es ist unvorstellbar, was wäre dann passiert. Wir haben unsere ersten Gefangenen gemacht, Scharfschützen und Deserteure, bekommen ihren gerechten Lohn. Nach der Ankunft unserer Panzer rücken wir unter leichtem Beschuss vor und schaffen den Durchbruch in Richtung Motkovic-Miso, etwa 40 Kilometer von der Front entfernt. In der Nähe von Bisco Pizza stoßen wir auf ernsthaften Widerstand. Helmut Pfaff und seine 14. Kompanie werden von feindlichen Panzern unter schweren Verlusten bedrängt. Er musste sich nach Bisco Pizza zurückziehen. Nach seinen Beobachtungen müssen wir mit einem Angriff von etwa 50 schweren Panzern rechnen. In der Abenddämmerung bewegen wir uns in Stachelschwein-Formation, obwohl alle nach dem ersten Kampftag sehr erschöpft sind, denkt niemand an Schlaf. Es ist eine unruhige und unruhige Nacht. Am 23. Juni beginnt der Morgen mit leichtem Artilleriebeschuss. Die roten Panzer haben ihr Aufmarschgebiet noch nicht verlassen. Offenbar ist gegen 8 Uhr morgens mit Panzer- und Stuka-Unterstützung zu rechnen. Diese gute Nachricht hat unsere Moral sehr gestärkt, während unsere Kameraden von der Luftwaffe uns ein wenig Unterhaltung bieten. Ein Luftkampf nach dem anderen tobt über uns, einer nach dem anderen. Neun russische Bomber werden abgeschossen und gehen in Flammen auf. Das ist die präzise Arbeit, in der Molders und Galant wahre Meister sind. Um 12 Uhr beginnt der russische Panzerangriff, 30 Minuten später der deutsche Gegenangriff. So etwas haben wir noch nie erlebt, 100 russische Panzer kämpfen gegen uns. Das Wichtigste ist, dass wir unser Blut kalt und unsere Nerven ruhig halten. In kurzer Zeit schalten wir vier Panzer aus, etwa 20 Stukas bombardieren heulend vom Himmel, um die russische Panzerlinie anzugreifen. Gegen Abend ist die Schlacht zu unseren Gunsten entschieden. Mehr als 60 feindliche Panzer werden auf dem gesamten Schlachtfeld verbrannt oder vernichtet. Die meisten feindlichen Einheiten ziehen sich in Richtung Babica zurück. Wir folgen ihnen die ganze Nacht über, um sie einzukesseln. Am 24. Juni ist die Umzingelung des Feindes im Morgengrauen erreicht und schließt sich trotz der verzweifelten Durchbruchsversuche der Roten weiter. Die Schlacht erreicht gegen 9 Uhr morgens ihren Höhepunkt. Der enorme Drock auf die eingekesselte Division beunruhigt uns. Die Russen rennen wie die Verrückten gegen unsere Linien. Gegen 10 Uhr wird die Lage äußerst kritisch, da die feindliche Umzingelung am südlichen Ende des Tals durchbrochen wird. Artilleriefeuer wird befohlen und nur wenige Minuten später pfeifen und heulen Dutzende von schweren Granaten über unseren Köpfen. Eine Wand aus schwarzem Rauch steigt vor uns auf, der Rauch ist manchmal weiß und gelegentlich klaffen Löcher von Granatsplittern darin auf. Das ganze Tal schwillt unter der Wucht des Bombardements an. Im Schutz des gut platzierten Feuers erreichen wir die ersten Gebäude in Babica. Direkt vor uns und über unseren Köpfen explodieren mit wütendem Donnern eine Spiralmine nach der anderen, dieser unangenehme, giftige Klang von Artillerieschwärmen. Mit vor Wut verzerrten Gesichtern stürzen wir uns in die Schrapnellgräben der Roten, Panzerabwehrgranaten, schlagen in ihre Befestigungen ein, die Hölle bricht los und das Chaos bricht aus, explodiert. Das rote Bombardement spuckt Wolken von Schrapnellen, die uns treffen, und aus diesen Feuerwirbeln regnet Metall in den kleinen Teich direkt vor uns. Ratten tauchen auf und greifen uns an, Gott sei Dank, keine Verletzten. Gegen Mittag erreichen wir das Zentrum des Dorfes, der Widerstand der Roten ist gebrochen, eine ganze rote Division wurde vernichtet, Gruppen von Toten und verwundeten Soldaten blockieren die Straßen. Die Zahl unserer eigenen Verluste ist ebenfalls hoch. Wir sind so erschöpft, dass wir ohnmächtig werden könnten. Trotzdem formieren wir uns neu und rücken ohne nennenswerten Widerstand weiter in Richtung des Dorfes Locaccia vor. Der Empfang dort ist nicht sehr angenehm, denn es erwartet uns ein wildes Feuergefecht, verdammte Scharfschützen. Haus um Haus muss mit Handgranaten geräumt werden. Fanatiker schießen auf uns, bis ihnen die Dächer auf den Kopf fallen und sie unter den Trümmern begraben werden. Andere fliehen in letzter Minute wie menschliche Fackeln aus ihren Häusern, oder sie brechen tot auf der Straße zusammen oder werden in der nächsten Stunde zu Tode geprügelt. Die ganze Stadt hat sich in ein Meer von Flammen verwandelt. Ein Gedanke kommt mir in den Sinn. Wie viele unschuldige Männer sind während des Gemetzels in das Himmelreich geschickt wurden? Es ist ein seltsamer Gedanke. Unsere Speerträger gehen hinaus und betrinken sich, sobald sie können. Währenddessen gehen Häuser in Flammen auf, Leichen liegen auf der Straße, Soldaten zerstören und feuern gnadenlos, bis Rauchschwaden den Horizont bedecken. Ich denke, dieser Infanterieangriff gleicht die extreme Ermüdung durch Marschieren und Kämpfen aus. Mit einem einzigen Schuss eines Scharfschützen erwachen die erschöpften Männer wieder zum Leben. Ihre Nerven sind wie weggeblasen. Sie haben die barbarische Hitze und das blutige Laufen vergessen. Kürzlich sagte ein Infanterist zu mir, siehst du, ich war furchtbar müde. Jetzt bin ich wieder frisch. Es war wieder ein gutes Fest. Ja, ja, diese Party macht mich krank. Der 25. Juni. Was würde ich dafür geben, nach nur zwei Stunden Schlaf schlafen zu können? Wir sind wieder im Einsatz. Wir haben den Befehl erhalten, die feindlichen Linien südlich von Lutzk zu durchbrechen. Wird es uns gelingen, den Fluss zu überqueren und in einer engen Keilformation schnell vorzurücken? Die Lage ist schrecklich für uns. Nur die Ufer entlang der Straße können von feindlichen Truppen gesäubert werden. Es bleibt keine Zeit, die angrenzenden Wälder zu durchkämmen, wo sich die feindlichen Kämpfer immer wieder neu formieren. Hinter der Front kommt es immer wieder zu kleinen Gefechten. Nachschub-Konvois werden vom Feind weit hinter unserer eigenen Linie angegriffen und vernichtet. Rote Flugzeuge schweben heute wie Fliegen über uns. Es ist ein Wunder, dass ihre unerbittlichen Angriffe nur wenige Opfer gefordert haben. Gegen Mittag erreichen wir Steher. Die Roten haben den Fluss durchbrochen. Das überschwemmte Gebiet ist kilometerweit und macht es unseren Panzern unmöglich, den Fluss zu überqueren. Versuche, schwimmende Brücken zu benutzen, sind vergeblich. Der Feind feuert unaufhörlich auf unseren Brückenkopf. Es ist ein trauriger Tag für mich. Vier liebe Kameraden sind gefallen. Walter Wolf, Horus Möger, immer gut gelaunt und Schulker. Viele sind schwer verwundet worden. Ich selbst bin geistig und körperlich völlig erschöpft. Wenn meine liebe Roselle mich so sehen könnte, schmutzig, müde und durstig, ich glaube, sie würde aus Mitleid mit mir weinen. Unser liebes Mutterland wird nie ganz verstehen, was wir in diesem Feldzug erreicht haben. Sie haben nicht die geringste Vorstellung von dem schwierigen Terrain, das wir erlebt haben, und von der Art der Kämpfe, die wir gerade hinter uns haben. Ein weiterer Angriff eines roten Jagdbombers. Gruber wurde getötet. Er hatte seine Verlobte erst vor acht Tagen durch Vollmacht geheiratet. Die Nacht ist unruhig. Hinter der Linie muss die Hölle los sein. Der Himmel ist blutrot. Das unaufhörliche Donnern und Grollen ist ein Zeichen für die intensive Schlacht, die um uns herum stattfindet. Unsere Panzer rücken vor, um uns zu verstärken. In diesem Moment erhalten wir die Nachricht, dass die Schlacht um Lutzk im Morgengrauen begonnen hat. Wir sehen dunkle, rauchige Wolken über den Ufern des Flusses in der Nähe der Stadt. Am 26. Juni zeigen die letzten morgendlichen Beobachtungen keine Veränderung der Situation. Es ist weiterhin unmöglich, den Fluss zu überqueren. Wir erhalten vom Divisions-Hauptquartier den Befehl, die Steher bei Lutzk zu überqueren, obwohl wir dort auf starke russische Panzerkräfte stoßen könnten. Nun gut, wir machen uns allein auf den Weg zu unserem Ziel, ohne die Unterstützung der schweren Artillerie und der Infanterie, die den Fluss mit Hilfe von Schwimmbrücken überqueren wird. Die ständigen feindlichen Angriffe sind beängstigend. Feindliche Flugzeuge, vor allem Bomber, greifen plötzlich an, als kämen sie aus dem Gebüsch. Die ganze Dramatik ist in Sekundenschnelle vorbei. Zuerst das unglaubliche Dröhnen der Detonationen, dann das Hämmern der Geschütze an Bord der Bomber und schließlich der Geruch von dunklem, stinkendem Rauch zusammen mit dem Zischen und Singen der Schrapnells über dem Kopf. Am Ende schreien die Verwundeten und die Show ist vorbei. So geschah es fünfmal, bis wir Lutzk erreichten. Die Zahl der Verwundeten ist beträchtlich. Wir rücken langsam in die Stadt ein und sichern dabei unsere linke und rechte Flanke. Im Zentrum des Dorfes machen wir eine kurze Pause, in der wir die Verwundeten aufsammeln und aus unseren Feldflaschen trinken. Das Dorf hat durch Stukas und schwere Artillerieangriffe schwer gelitten. Das örtliche Gefängnis bietet einen grausigen Anblick. Vor seinem Rückzug verübte der bolschewistische Mob ein schreckliches Massaker, bei dem mehr als hundert Männer, Frauen und Kinder wie Vieh abgeschlachtet wurden. Ich werde diese entsetzlichen Bilder nie vergessen. Das sind die Toten unserer Feinde, dieser blutrünstigen Mörder, die englische Priester drangsalieren wollten. In der Zwischenzeit haben einige Kameraden die verbliebenen Rothamiston und Juden aus ihren Verstecken geholt. Ein einziger Schuss ertönte auf dem Platz und damit erhob sich der Mob in den Himmel der englischen Hochkirche. Wir rückten zusammen mit unseren Panzern vor und bewegten uns langsam auf die Ostseite des Dorfes zu, wo plötzlich russische Panzer auftauchten. Die Panzer sind noch nie so schnell in Stellung gebracht worden. Unsere Panzer sind in Stellung gebracht, wir sind auf ihnen, vollgepackt mit Handgranaten, um die anrückende feindliche Infanterie auszuschalten. Nach einer Stunde Kampf sind die angreifenden Kolosse und ihre Begleiter bereits vernichtet oder in die Flucht geschlagen. Leider haben wir auch Verluste bei einigen unserer Panzer erlitten. Ich war auf einem von ihnen, aber ich hatte großes Glück, dass er nicht in Brand geraten ist. Diese Art von Episoden sind typisch für den gesamten Feldzug im Osten. Die Panzer, die schnell vorrücken konnten, befinden sich bereits in Lutzk, etwa 40 Kilometer von hier. Lutzk wurde heute Morgen von unseren Truppen eingenommen und das Gebiet um die Stadt wurde von feindlichen Truppen geräumt. Woher kommen also plötzlich die feindlichen Panzer und die Infanterie? Diese asiatische Mafia ist gerissen und verschlagen. Jede Stunde bringt eine böse Überraschung. Ein großer Haufen Scheiße, wir sind nirgendwo mehr sicher. Es gibt keine einzige Stunde der Ruhe und des Friedens. Ich bin zwar kein Feigling, Angst ist ein mir unbekannter Begriff. Aber es ist beunruhigend, allein mit einem Motorradkurier durch große, noch nicht gerodete Waldgebiete zu fahren. In den letzten Tagen haben die Roten viele Kuriere auf ihren Motorrädern erschossen. Sie vom Motorrad gezerrt, um sie fürchterlich zu quälen und dann zu töten. Wie rücksichtslos die russische Strategie ist, zeigt folgendes Beispiel. Heute Nachmittag, als die russischen Panzer auftauchten, ging die Besatzung eines unserer Panzer hinunter, um seine Kanone in Stellung zu bringen. Und als wir zurückkamen, fanden wir alles in Flammen. Ein Zivilist, der sich versteckt hatte, hatte es angezündet, wurde gefangen genommen und ebenfalls angezündet. In der Nacht gab es heftige Boden- und Luftaktivitäten der Russen. Wir hören Gerüchte, dass wir von feindlichen Panzern umzingelt sind. Verdammt, verdammt. Ruhig bleiben und abwarten. Am 27. Juni beschießen russische Panzerabwehrwaffen die ganze Nacht hindurch die Stellungen. Wieder einmal eine Nacht ohne Ruhe und Schlaf. Im Morgengrauen sind die Ratten in großer Zahl anwesend, aber keiner ihrer Schüsse erreicht unsere Löcher. Sie bewegen sich wie Betrunkene, im Zickzack nach rechts und dann scharf nach links. Wir schießen wie verrückt, denn wir wissen genau, was diese Bewegungen bedeuten. Sie erschnüffeln unsere Stellungen. Bald werden sie uns unter gezieltes Feuer nehmen oder die schweren Stukas werden hereinstürmen und ein Dutzend oder mehr Bomben abwerfen. An unseren Löchern wird uns befohlen, sofort die Position zu wechseln, was gar nicht so einfach ist, da wir unter Maschinengewehrfeuer stehen. Wie erwartet taucht wenige Minuten später eine muntere Gruppe schwerer Bomber auf. Alles geschieht in Sekundenschnelle, nur 40 bis 50 Meter von uns entfernt werden Erdbrocken in die Luft geschleudert. Dreck, Schlamm, Wurzeln und ganze Erdteile wirbeln durch die Luft. Glänzende Schrapnellsplitter fallen uns direkt vor die Füße. Scharfe Blitze schlagen mit lautem Getöse in den Boden ein. Doch so schnell wie es begonnen hat, ist es auch wieder vorbei. Die darauf folgende gespenstische Stille zehrt an unseren Nerven. Verwundete Soldaten stöhnen. Was wird als nächstes kommen? Eine dritte und vierte Welle, die unsere genauen Positionen entdecken und uns zu Brei schlagen, es folgen Minuten des bangen Wartens, aber nichts passiert. Selbst das feindliche Feuer hat nachgelassen. Ein einziges Maschinengewehr funktioniert noch eine Weile. Und dann ist Stille. Was ist los? Warum greifen die Russen diese lächerliche Gruppe von uns nicht an? Bald darauf bekommen wir eine Antwort. Unsere Infanterie ist im Eilmarsch eingetroffen, um uns zu helfen. So höflich die Russen auch sind. Sie überlassen das Gebiet unseren Soldaten. Doch die Klinge wird sich bald ändern. 28. Juni. Der Rest unserer motorisierten Gruppen und vor allem unsere Artillerie treffen am Morgen ein. Obwohl das Wichtigste die Lebensmittel sind, sind auch die Versorgungswagen angekommen. Wir hätten schrecklich gelitten, wenn die Russen uns mit nur ein paar Tropfen Benzin in unseren Panzern angegriffen hätten. Es gibt keinen Feindkontakt. Während wir vorrücken, die roten Kampfflugzeuge versuchen, von Zeit zu Zeit unseren Konvoi zu stören. Aber diese Brüder wagen heute keinen wirklichen Angriff. Denn wir haben unsere MGK-Kameraden bei uns. Es ist herrlich zu sehen, wie sie mit ihren doppelläufigen Maschinengewehren den blauen Himmel durchbohren. Unsere Heroskanonen stottern wie besessen. Die Ratata-Ritter verstecken bald ihre Schwänze und verschwinden, während sie wild knurren. Der Abschied, den sie uns mit ihren Kanonen an Bord geben, kostet uns leider zwei verwundete Soldaten. 29. Juni. Der Morgen erklärt, warum die Russen so schnell verschwunden sind. Wir haben einige ukrainische Gefangene gefangen genommen, die sich im Gebüsch versteckt hatten. Sie hatten den Willen verloren, weiterzukämpfen und sind besser über die Situation informiert als wir. Und was sie zu sagen haben, zeigt sich an ihrem vielsagenden Lächeln. Wir sind froh, die Russen sind umzingelt. Und da die Umzingelung um Dubno schwach ist, haben sie begonnen, ihre Kräfte dort zu konzentrieren, um zu versuchen, sie zu durchbrechen. Wir haben Dubno am Nachmittag nach einem schnellen Marsch erreicht. Die Stadt ist frei von feindlichen Truppen. Am vorherigen Nachmittag wurden die Russen gezwungen, die Stadt nach einem heftigen Kampf aufzugeben. Sie sind nicht abgereist, ohne vorher die Stadt zu verwüsten wie ein Haufen Schweine. Alles ist verwüstet. Im Stadtgefängnis haben wir einen großen Haufen verstümmelter Leichen gefunden. Eine sogenannte Straßensperre auf unserem Motorrad mit Beiwagen hat uns fast das Leben gekostet. Die Roten müssen ihren Rekruten ein paar zusätzliche Schießstunden geben. Man sollte in der Lage sein, ein Motorrad mit drei Personen darauf aus 150 Metern Entfernung zu treffen. Ja, ja. Wenn man mit Freude überlebt hat, kann man über die Situation scherzen. Ich glaube, wenn unsere Helme nicht auf dem Kopfgewessen wären, wären uns die Haare zu Berge gestanden. Die Chancen standen 100 zu 3. Unsere Artillerie hat in dem Gebiet, in das sich die Russen in der Abenddämmerung zurückgezogen haben, ein Inferno ausgelöst. Zusammen mit unserer 9. Panzerdivision rücken wir vor und verfolgen die Russen. Unsere Panzer erkunden im Schutze der Nacht weiter das Gebiet, während wir zurückbleiben, um die Flanken zu schützen. Jeder, der weiß, was es heißt, in einem Krieg mit den Bolschewiken die Flanken zu schützen, versteht, dass wir eine weitere schlaflose Nacht haben werden. Am 30. Juni ist die Nacht wieder Erwarten ruhig, ruhig für unsere Verhältnisse. Denn wir haben uns in den letzten Tagen an ziemlich viel Lärm gewöhnt. Hier und da fliegen Granaten in die Felder hinter uns. Schüsse kleineren Kalibers zischen direkt vor unseren Füßen vorbei. Gegen 3 Uhr morgens spielt sich in der Nähe der Startbahn ein höllisches Spektakel ab. Unsere Panzer müssen auf feindliche Kräfte gestoßen sein, aber die Roten sind hier nicht zu sehen. Die Sonne brennt erbarmungslos auf unsere Köpfe. Unsere Glieder sind schwer wie Blei. Wie schön wäre es, dort ein Nickerchen zu machen, im Schatten. Der Altar muss in der Lage sein, unsere Gedanken zu lesen. Jeder, der nicht für die Kanonen zuständig ist, kann sich hinlegen und schlafen. Aber die Leute vergessen, wo sie sind, sie fallen einfach auf der Stelle um. Andere schaffen es bis zur Scheune, um dann auf dem Boden zusammenzubrechen und einzuschlafen. Es ist Abend, als wir mit knurrendem Magen aufwachen, und hier sind meine Worte des Lobes für unseren Koch Rudolf. Er ist immer mit uns an der Front und ist genauso müde wie wir. Aber er hat ein gutes Schweinefleischgericht zubereitet, während wir schliefen. In der Truppe bricht ein Jubelschrei aus, gefolgt von einer Schelte durch unseren vorgesetzten Offizier. Doch der Koch ist gerührt von unserem Glück. Das anschließende Essen lässt uns die Toten, die überall herumliegen, fast vergessen. Kurz nach dem Essen geschieht etwas Schreckliches. Eine dieser verdammten 122 Kaliberkanonen, die seit einiger Zeit regelmäßig Chaos stiften, trifft die Gruppe Franker. Als sich der stinkende Rauch verzieht, kommt die schreckliche Szene zum Vorschein. Inmitten des Chaos aus Baumstämmen, Metallstücken und Blutlachen liegen acht tote Kameraden. Franker liegt halb verschüttet in einem Graben und starrt stumpfsinnig auf das Chaos. Als wir versuchen, ihn herauszuziehen, greift er uns an und schreit »Was wollt ihr von mir? Ich bleibe bei meinen Männern!« Der arme Junge ist am Rande des Wahnsinns. Nach kurzer Zeit wird er ohnmächtig. Er hat viel Blut verloren, fast zu viel. Ein Granatsplitter hat ihm den Arm zertrümmert. Das Leben ist schon komisch. Es war die letzte russische Granate, die unser Lager traf und all diese Schäden verursachte. In dieser Nacht wurde kein einziger Schuss abgefeuert. Der 1. Juli. Heute Morgen ist es wieder ruhig. Ich liege im Gras und schaue in den schönen blauen Sommerhimmel über mir. Kleine weiße Wolken segeln westwärts Richtung Heimat. Das Gras duftet stark, Hummeln und Bienen fliegen von Blüte zu Blüte. Erinnerst du dich, liebe Roselle, wie wir an den Talhängen Seite an Seite in der Sonne lagen? Du hast so eloquent und leidenschaftlich über das Leben der Ameisen gesprochen. Ich frage mich, was du jetzt gerade tust. Ich vermisse dich so sehr. Ein Spähtrupp kehrt zurück und bringt Gefangene mit. Die meisten der Gefangenen sind verwundet. Die Einheit hat einige feindliche Stellungen entdeckt. Die meisten Gefangenen wurden auf örtlichen Schweinefarmen gefangen genommen, wo sie versucht hatten, sich zu verstecken. Der russische Soldat ist ein sehr seltsames Wesen. Wir Deutschen werden sie nie verstehen. Auf der einen Seite sind sie ungemein freundlich, hilfsbereit und gastfreundlich. Auf der anderen Seite aber auch sadistisch, grausam. Ein deutschsprachiger Ukrainer hat mir dazu eine Geschichte erzählt. Vor einer Woche wurde in Dubno russische schwere Artillerie in Stellung gebracht. Als ein kleiner Junge vor eine der Schienen lief und fiel. Der russische Soldat, der das Fahrzeug bediente, rettete das Kind im letzten Moment vor dem Zerquetschen. Dem Soldaten liefen Tränen der Freude über die gelungene Rettung über die Wangen. Er nahm das kleine Mädchen auf den Arm, gab ihm ein paar Süßikitten und brachte es zurück zu seiner Mutter. Als er jedoch das Haus erreichte, zerstörte der Soldat alles. Wer gewaltigte die Mutter, schlug sie bewusstlos und schnitt ihr die Brüste ab. Als sie ging, gab sie dem Mädchen noch mehr Süßigkeiten und ein kleines Bild eines Heiligen zum Abschied. Das ist Russland. Wer kann verstehen, was hier vor sich geht. Der russische Soldat ist ein harter Gegner, der sich bis zur letzten Kugel behauptet. Er ist nicht zu vergleichen mit der Tapferkeit des deutschen Soldaten, der mit Begeisterung für den großen Bock kämpft, Genosse General, und mich hierher zum Schießen geschickt hat. Deshalb stehe ich hier und schieße emotionslos und in keiner Weise von der marxschen Philosophie überzeugt. Sie stehen emotionslos in ihren Schützengräben und erschießen politische Kommissare. Aber in den Städten sind sie ganz anders. Wie scharf schützen, pirschen sie sich an unsere Truppen heran, die durch die Städte marschieren. Der deutsche Soldat, der ihnen in die Hände fällt, hat Glück. Mit sadistischer Freude werden sie ihn zu Tode foltern und anschließend bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln. Wir haben solche grausamen Szenen schon erlebt. Ich bete zu Gott, dass er nicht gefangen genommen wird. 2. Juli Heute ist es wieder ruhig. Es sind keine Schüsse gefallen. Was ist los? Ich mag diese Stille nicht. Sie geht mir auf die Nerven. Die Roten sind geflohen und brüten wahrscheinlich irgendwo einen bösen Plan aus. Wir haben keine Nachricht von der Aufklärung. Die Hitze macht uns ängstlich und aggressiv. Einige von uns sitzen im Schatten wie Schweine, die auf dem Grill braten. Der Wind trägt den schweißtreibenden Geruch der Verwesung in unsere Nasenlöcher. Verdammt, der Geruch von Leichen. Alles macht mich heute verrückt. Es ist Mittag und wir sitzen wie betäubt da. Uns ist heiß und wir haben Durst, aber wir haben nichts mehr zu trinken. Sicherlich sind die Brunnen vergiftet und das Wasser, das wir mitgebracht haben, ist bereits aufgebraucht. Tagsüber neue Brunnen zu graben ist sehr gefährlich. Die Nacht bringt frische Luft und bessere Laune. Wir hoffen auf eine gute Nachtruhe in der gemütlichen Scheune. Die Stille ist mir immer noch suspekt. Das Donnern der Canyons kommt von Westen heran. Richtig. Aus der Richtung, aus der wir gekommen sind. Irgendetwas ist los. Es ist nicht überraschend. Ein Motorradkurier der Division kommt auf uns zu. Achtung! Macht euch bereit und steigt in eure Fahrzeuge. Fünf Minuten später verlassen wir das Lager. Es ist neun Uhr abends und wir machen uns auf den Weg, den wir aus Dubno gekommen sind. Allerdings ist es jetzt völlig dunkel. Die furchtbare, durch Artilleriebeschuss zerrissene Straße ist die größte Herausforderung für Sepp's Fahrkünste und meine guten Augen. Plötzlich ein heftiger Ruck und wir stecken in einem Krater fest, den eine Granate hinterlassen hat. Verdammte Dunkelheit! Ich habe mir das Schienbein so hart angeschlagen, dass ich Sternes sehe. Als wir das Motorrad aus dem Lok ziehen, ist unsere gesamte Kolonie bereits vorbei und weit woraus. Niemand ist in Sicht, nur eine schwarze Einsamkeit umgibt uns. In der Ferne hören wir das Knattern eines Maschinengewehrs. Wir überqueren Kreuzungen und Einmündungen auf der Straße, ohne anzuhalten, fahren einfach weiter. Gott sei Dank weiß ich, wo unser Ziel ist. Nervini. In einem Graben auf der rechten Straßenseite sitzen Polizisten. Wir fragen sie, wie wir nach Naveeni kommen und sie sagen uns, wir sollen links abbiegen. Wir fahren weiter und es kommt uns wie Stunden vor. Endlich, um halb zwei Uhr morgens, erreichen wir ein kleines Dorf, wo uns ein Offizier im letzten Haus anhält. Er ist furchtbar besorgt und warnt uns, dass das Gebiet von unserer Infanterie geräumt wurde, da ein Angriff von etwa 200 russischen Panzern innerhalb einer Stunde erwartet wird. Er rät uns, umzukehren, da es Selbstmord wäre, weiter vorzurücken. Aber wir sind Panzerschützen und keine Infanteristen, also beschließen wir, weiterzugehen. Wir fahren weiter, ohne irgendwo jemanden zu treffen. Im Osten beginnt der Tag zu dämmern. Plötzlich spüre ich ein seltsames Gefühl in meinem Hintern. Wir hätten Nervini schon längst erreichen müssen. Vor uns liegt ein großer Wald und ich befehle, den Motor abzustellen. Wir lauschen angestrengt in die Nacht und nicht weit hinter uns sind russische Kommandos deutlich zu hören. Ein Schauer läuft mir über den Rücken, der Schock überwältigt mich fast. Im Schutz unserer Geschütze nähern wir uns den Panzern, die immer noch stehen und unkontrolliert feuern. Die zweite Welle ist im Anmarsch und oben auf dem Hügel können wir bereits die dritte Welle sehen. Wir müssen uns zurückziehen. Wir sind unter schwerem Beschuss. Einer nach dem anderen rücken wir von Graben zu Graben vor. Mein Kamerad auf der linken Seite hebt die Arme. Er wurde getroffen. Die Kanone, die uns schützt, zerbricht plötzlich. Ein Volltreffer. Vor mir liegt ein Kamerad regungslos auf dem Boden, tot, und rechts von mir ruft ein anderer Soldat nach dem Sanitäter. Nur noch 20 Meter bis zum Graben. Bitte, Gott, hilf! Ist das das Ende? Jetzt feuern sie Granaten direkt vor unsere Füße. Ich lasse mich auf den Boden fallen und klammere mich an die Erde. Die Erde reißt direkt vor mir auf. Ich springe auf und stolpere fast über zwei Kameraden, die von den Granaten zerschmettert werden. Verdammte Panzerkanonen, ein weiterer Einschlag direkt vor mir. Splitter höhlen mir, Splitter höhlen mir um die Ohren. Ein faustgroßer Brocken zertrümmert meine Gasmaske. Weitere Splitters erschneiden den Kolben meines Maskinengewehrs. Endlich erreiche ich den Graben. Plötzlich ist mir alles egal. Ich werfe mich mit dem Gesicht zum Himmel auf den Boden und warte, dass die Panzer mich zerquetschen. Arme Roselle, süße Erika, dein Mann ist am 3. Juli auf dem Feld der Ehre gefallen. Und so weiter, und so weiter, denk nicht, denk nicht. In unserem Abschnitt wurde der erste Angriff durch das präzise Feuer unserer Geschütze abgewehrt und unsere Panzerabwehrgeschütze nutzt denn das Chaos, um ihre Position zu wechseln. Die zweite Welle rückt mit Wildemführer auf unsere alten Stellungen vor und versucht, uns zu vernichten, aber sie wird von Osten her in die Flanken geschossen. Einige schwere Panzer werden ausgelöscht und sie drehen sofort nach Osten ab und greifen unsere aktuelle Position an. Das rettet mir das Leben, denn außer mir war niemand mehr in unserer alten Stellung. Zwei Männer schafften es in den Wald im Westen, während die anderen tot oder verwundet auf dem Feld lagen. Wenige Augenblicke später nähert sich die dritte Welle vom Hügel aus, während unsere Sturmgeschütze vorrücken und die zweite und dritte Welle unter Beschuss nehmen. Diese Situation ist vielleicht einmalig in der gesamten Ostkampagne. Die Führer wissen, dass nur diese Bewegung uns vor dem Untergang bewahren kann. Ruhe zu bewahren ist unter diesen Umständen der Schlüssel zum Erfolg. Unpräzises Feuer kann unsere eigenen Sturmgeschütze treffen und umgekehrt. Das ungenaue Feuer unserer Panzerabwehrkanonen kann unsere eigenen Sturmgeschütze zerstören. Da die zweite Welle von zwei Seiten angegriffen wird, wird sie nach Norden abgelenkt, was zu einem Chaos für die dritte Welle führt. 16 weitere rote Panzer werden zerstört und der Rest versucht, an der Seite des Hügels in Deckung zu gehen, und dann geschieht ein Wunder. Deutsche SS-Truppen in Tarnjacken tauchen in unserem Rücken auf. Es ist der Landsturmmann, der nach stundenlangem Warten endlich eintrifft. Sie waren irgendwo in der Nähe von Dubno gestoppt worden und hatten den Befehl erhalten, uns mit Gewalt zu Hilfe zu kommen. Sie waren erst seit etwa zehn Minuten in Stellung, als abwechselnd Panzer und russische Soldaten auftauchten. Die Schlacht dauerte drei Stunden. Es war ein furchtbares Gemetzel. Ein Kampf Mann gegen Mann, wie er schlimmer nicht hätte sein können. Ich habe Bayonettwunden am Arm, holt den Erste-Hilfe-Kasten und lasst uns weitergehen. Die Sonne verbrennt unsere Helme. Ich habe meine Jacke nicht mehr an. Zu ihrer Überraschung greifen wir die feindlichen Panzer und Soldaten an, die nur mit Hemd und Hose bekleidet sind. Flugzeuge treffen ein und begleiten den Angriff aus der Luft mit großer Wirkung. Das ganze Tal wird wie ein Kessel aufgewühlt. Der Sieg wird am Nachmittag errungen, als die Roten gegen drei Uhr nachmittags zum letzten Mal angreifen. Sie stürmen mit einem lauten Hurra. Es gibt keine Panzer mehr. Wir zerquetschen sie mit unserem konzentrierten Feuer. Mähen sie reihenweise nieder. Der Angriff wird glorreich niedergeschlagen. Die Russen ziehen sich endgültig nach Norden zurück. So schön der Sieg auch ist, unsere Verluste sind schwer. Von den zwölf Geschützen der dritten Kompanie sind sieben durch Volltreffer zerstört worden. Meine Knie sind weich wie Gummi. Ich breche nicht zusammen, obwohl unsere Kräfte schwächer werden. Es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Noch in derselben Nacht marschierten wir weiter in Richtung Rhone. Am 4. Juli, gegen Mitternacht, halten wir in einem Dorf, das friedlich im Mondlicht liegt. Bis jetzt hatten wir keinen Feindkontakt, aber wir wurden gewarnt, weiterzuziehen, da das Dorf möglicherweise von den Russen besetzt ist oder nicht. Wieder ruhen wir uns im Graben am Straßenrand aus. Nach mehreren Umwegen kommen wir gegen sieben Uhr morgens an unserem Ziel an. Nach ein paar Stunden Schlaf sind wir ausgeruht. Die Russen haben sich weit zurückgezogen. Am Abend wird der Divisionsbericht des Tages verlesen, voll des Lobes über den Mut unserer Truppen in der gestrigen Panzerschlacht. Doch wir erhalten auch schlechte Nachrichten. 36 Kameraden sind gefallen und viele sind verwundet. Die Meldung endet schockierend. Rote motorisierte Einheiten haben einen Nachschubkonvoi überfallen und vernichtet. 53 Kameraden wurden massakriert. Leider waren drei unserer eigenen Panzer zu spät am Ort des Geschehens. Michael Huffmann, Brosich Sudbak und Schmidt aus unserer Einheit starben gestern. Am 5. Juli setzten wir unseren Marsch fort. Unsere Panzer haben gestern Abend Rone eingenommen und wir sind im Eilmarsch vorgerückt, um das Gebiet zu räumen, wie es jede Infanterie tun würde. Die Hitze ist furchtbar. Unsere Infanterie hat in zwei Tagen 150 Kilometer zurückgelegt. Alle Einheiten leisten enorme Anstrengungen. Am 6. Juli stoßen wir nach Mitternacht vor. Unser Tempo ist extrem. Wir haben kaum Zeit zu essen und wagen nicht an Schlaf zu denken. Wir durchbrechen die Linien einiger schwacher, feindlicher Kräfte, die versuchen uns aufzuhalten. Ihre Vernichtung überlassen wir den hinter uns eintreffenden Truppen. Die Situation ist angespannt und gefährlich. Aber dank unseres kühlen Kopfes und unseres Mutes haben wir es geschafft, zu überleben und in diesem Feldzug an der Ostfront voranzukommen. Wir gehen rückwärts, wir drängen vorwärts. Es geht um alles oder nichts. Verdammt nochmal, worum geht es eigentlich? Was ist los? In den wenigen Pausen taumeln wir auf unseren Gummibeinen. Die Sonne brennt erbarmungslos auf unsere Schädel. Die Motoren brummen leise und verströmen den Gestank von Diesel. Der Staub ist so dicht, dass ich den Menschen vor mir nicht sehen kann. Meine Augen tränen und brennen. Mein Gesicht ist mit Dreck bedeckt. Der verdammte Kalkstein ist überall. Wir kamen am Abend in Quartett an. Nach einem kurzen Gefecht haben wir die Stadt durchquert. Wir fahren in rasendem Tempo weiter. Schließlich erhalten wir den Befehl, nach einer Stunde anzuhalten. Ich fühle mich, als wäre ich gerade durch einen Fleischwolf gedreht worden. Ich steige ein paar Schritte von meinem Motorrad ab. Selbst der verführerische Geruch, der aus der mobilen Küche des Lagers kommt, motiviert mich nicht zum Aufstehen. Ich will nur noch schlafen. Am 7. Juli feuert unsere Artillerie die ganze Nacht hindurch. Ich glaube, an der Front lauert die Gefahr. Die Luft ist dick und ich kann Ärger riechen. Es kursieren Gerüchte, dass wir uns in der Nähe der gefürchteten Stalin-Linie befinden. In den frühen Morgenstunden tauchen Linien russischer Kampfflugzeuge in niedriger Höhe auf. Ihre Bordmaschinengewehre fegen über unsere Stellungen hinweg und lassen eine Bombe nach der anderen auf unsere Linien fallen. Gott sei Dank gibt es keine Verluste, gegen Mittag beruhigt es sich. Und natürlich erhalten wir nach 14 Tagen Post einen Brief von Roselle. Ich bin so glücklich, dass ich diese Frau zur Frau habe. Ihr Mut ist in jeder Zeile zu spüren. Ihr gutes Herz gibt mir so viel Mut und Trost für die kommenden schweren Stunden. Ich habe nur einen Wunsch, gesund nach Hause zurückzukehren und ihr zu danken. Am 8. Juli, verdammt nochmal, gab es letzte Nacht wieder keinen Schlaf. Gegen 11 Uhr nachmittags kroch unser alter Spähtrupp durch die Sümpfe am Fluss. Wir müssen lächerlich ausgesehen haben mit unseren für den Krieg bemalten Gesichtern auf den Köpfen, unseren mit Dreck getarnten und mit Schilf geschmückten Motorrädern. Wir trugen eine Tasche mit Handgranaten um die Brust und unser Maschinengewehr über den Schultern. Unsere einzige Kleidung war ein Badeanzug. Unsere Körper waren von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt. Und so verließen wir das Lager. Wir erreichten die erste Linie der feindlichen Bunker, ohne Infanterie oder Schützengräben zu sehen. Wir kehrten gegen 2 Uhr nachts zurück, ohne von den Russen bemerkt zu werden. Ich versuchte zu schlafen, aber vergeblich, denn die Tausenden von fiesen Sumpfmücken, die uns bis aufs Blut quälten, können einen verrückt machen, dazu die ständige Hitze und der Durst. Unerwartet, um 11 Uhr vormittags, ein schneller Angriff von der Stalin-Linie aus. Zur gleichen Zeit greifen russische Bomber in niedriger Höhe an. Plötzlich wurden wir aus unserem Schlummer geweckt. Die erste Salve war beängstigend genau. Verwundete Soldaten schreien und stöhnen. Stinkender Rauch hängt unter den Bäumen. Zehn Minuten später explodiert der Boden in unserer Nähe in der Luft. Splitter fliegen auf unsere Schützengräben zu. Das Feuer rückt langsam auf die Bronzestellung vor, die so genannt wird, weil hier Granaten und Bomben ein schreckliches Blutbad anrichten. 41 Tote und 82 Verwundete liegen dort, wo unsere Kameraden in Kratzschutzen positioniert waren. Wir müssen bis spät in die Nacht hineinarbeiten, um die Toten zu bergen und unsere verwundeten Kameraden zu sichern. Mein Herz schmerzt, wenn ich an ihre Angehörigen denke. An ihre Mütter, Frauen und Kinder. Aufgrund der schweren Verluste formieren wir uns neu und gehen in dieser Nacht in Stellung. Der Großangriff gegen die Frontlinien und Befestigungen im Westen findet statt. Der Angriff auf Zwirehel wird morgen früh beginnen. Die Lage stellt sich wie folgt dar. Unsere Späher haben vor Tagen entdeckt, dass die 5. Armee im Eilmarsch auf Zoyahel vorrückt, um einen wichtigen Flussübergang zu sichern. Die Übergänge werden von starken feindlichen Einheiten geschützt, aber dank unseres Gewaltmarsches waren wir zuerst hier. Jetzt verstehe ich, warum wir in den letzten Tagen so rasend schnell marschiert sind. Die Hauptverbände der Roten Armee befinden sich noch einen Tagesmarsch östlich von Zwirhill. Wir müssen alle unsere Kräfte einsetzen, um die Festungen zu durchbrechen und morgen die Stadt und die Flussübergänge einzunehmen. Jeder Einzelne von uns weiß, was auf dem Spiel steht und ist bereit. Am 9. Juli gelang der große Coup. Heute gegen Mittag fielen die Stadt Zoyahel und die Flussübergänge nach heftigem Widerstand in unsere Hände. Gerade noch rechtzeitig trafen fast zeitgleich die ersten Einheiten der russischen 5. Armee ein. Wir hätten uns nichts Besseres wünschen können, als das Festungsband zu zerstören. Die Wirkung unserer 35 Sieg Kaliber Mörser und Stukaswaver Herent und zusammen mit den Panzerjägern trugen wir wässentlich zum Einsturz der Bunker bei. Die Roten ziehen sich auf ihre befestigten Stellungen im Wald zurück, wo sich die feindlichen Soldaten in Massen für einen Gegenangriff sammeln. Wir werden jedoch für unseren Versuch, den Russen zu folgen und sie zu vernichten, mit Blut auf unseren Köpfen belohnt. Wir sind mit unserer einzigen Division in der Minderheit. Wir sollen die Stadt und den Brückenkopf bis morgen Mittag halten. Wir können nur hoffen, dass die Nachbardivisionen spätestens morgen eintreffen werden. Die Gesichter der Offiziere und Soldaten sind sehr ernst. Wie weit sind die Vorbereitungen auf der anderen Seite für einen Angriff fortgeschritten? Wird die Flankenverstärkung rechtzeitig eintreffen? Das sind nur Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Die Lage ist ernst, ja verzweifelt. Wenn die Russen jetzt oder in der Nacht angreifen, wird ihre schiere Masse uns erdrücken. Wir kommen Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg über die russische Dampfwalze in den Sinn. Ja, wir werden definitiv wie ein Haufen Blut und Erde zermalmt werden. Wiederum wird die. Die Befehle sind klar. Die Stadt und der Brückenkopf werden bis zum letzten Mann gehalten. Es ist Abend und wir warten Stunde um Stunde auf den Angriff, aber nichts Außergewöhnliches passiert, außer den Blitzen des Kanonenfeuers. Was ist los? Werden die Russen ihre große Chance wieder einmal verpassen und wissen sie nicht, dass ihre Gegner nichts weiter als kleine Kampftruppen sind? Wieder beginnen wir, unseren Gedanken nachzuhängen, die an unseren Nerven zu zehren beginnen. Um Mitternacht kommt der Befehl zur Entsendung von Spähtrupps wie ein Segen. Bald, nach der alten Kaste unserer Linien, schicken auch die Russen Spähtrupps. Bei unserer Erkundung finden wir einen von ihnen und nehmen nach einem kurzen Schusswechsel einen von ihnen gefangen. Die Nacht ist völlig dunkel, gelegentlich hören wir das Pfeifen einer Granate oder Leuchtspurgeschosse durch den Himmel fliegen, ansonsten ist alles ruhig. Allein zwischen den Linien schleichen Späher beider Seiten umher und versuchen die Position des Feindes zu erschnüffeln und Informationen zu erhalten. Nach ihrer Entdeckung folgt ein kurzer Schuss aus einem Maschinengewehr und dann ist wieder alles still. Verdammte Stille, sie macht mich misstrauisch. Am Abend erhält einer unserer Kameraden einen Brief, der von Graben zu Graben weitergegeben wird. Darin beklagt sich jemand über Überstunden, den Mangel an Bier und Zigarren und ähnliche Dinge. Wie wenig versteht dieser Idiot von den Dingen, die hier draußen vor sich gehen. Ist das die Stimme des Vaterlandes? Zu Hause werden sie unsere Erfolgsgeschichten hören und Mr. Indispensable wird triumphierend sagen, Nun, wir haben gute Arbeit geleistet, oder? Lasst euch gesagt sein, dass ihr Einheimischen, wenn jemand etwas erreicht hat, dann waren wir es. Ja, wir sind euch dankbar für unsere großartigen Waffen und die einwandfreie Munition, aber auch die Russen haben gute Waffen, manchmal sogar bessere als wir. Das Entscheidende ist der Geist und der Mut desjenigen, der diese Waffen trägt. Keiner von ihnen hat eine Ahnung von diesen beiden Dingen. Schämt euch, wenn ihr meint, ihr hättet diese Schlachten geschlagen und mit euren Überstunden so große Siege errungen. Denken Sie an unsere Überstunden hier. Die Belohnung für einige von uns war ein feuriges Stück Metall auf dem Rücken. Der Idiot schreibt dann in seinem Brief an die Front, dass wir es hier besser hätten, nicht weil er sich an seine Männlichkeit erinnert hätte, sondern weil es an der Front Zigarren, Bier und Schnaps im Überfluss gäbe und das Schießen nicht so schlimm sei. Eine solche Frechheit macht einen sprachlos. Sehr geehrter Herr, Sie sind herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen. Sie werden sehen, ob Sie es in der Husse haben, wenn all die Zigarren und Zigaretten in der Luft sind, aber genug davon. Wir haben andere Probleme und Sorgen zu besprechen, als über die Klagen eines Nachhutkämpfers zu sprechen. Meine Wut verfliegt, wenn ich an den schieren Idealismus meines 530. Infanterieregiments denke. Um 10 Uhr morgens erhalten Sie den Befehl, von Rasad Kalka in Richtung Chicago vorzustoßen. Nachdem Sie vier Stunden lang um jeden Meter gekämpft und enorme Verluste erlitten haben, müssen Sie sich auf Ihre ursprünglichen Stellungen zurückziehen. Hätten wir nicht die schwere Artillerie gehabt, die die Flanken wie ein eiserner Vorhang schützte, hätten die Russen unsere gesamte Frontlinie von den Flanken her überrollt. Leider haben die Russen einen Teil des sich zurückziehenden Regiments eingekesselt. Es ist unmöglich, unsere Artillerie einzusetzen. Die Gefahr, unsere eigenen Kameraden zu treffen, ist zu groß. Also werden Freiwillige gebraucht. Unter uns gibt es keine großen Diskussionen, die Kameraden sind in Gefahr, und das ist alles, was wir wissen müssen. In Kompanieformation versuchen wir, die Russen gleichzeitig von beiden Seiten anzugreifen. Jeder von uns wirft im richtigen Moment seine zwei Rauchgranaten. Die Russen scheinen auf den weißen Rauch zu reagieren und gehen von einem umfassenden Gegenangriff von Westen aus und ziehen sich in ihre befestigten Stellungen zurück. Wir verlieren einige Kameraden, die dem eisernen Vorhang, den die russische schwere Artillerie um unsere Stellung errichtet hat, zu nahe kommen. Wir kehren mit nur wenigen Verlusten zu unseren Linien zurück. Als wir in unseren Stellungen ankommen, erhalten wir eine gute Nachricht. Die Verstärkungsdivisionen haben unsere Flanken erreicht, Gott sei Dank. Uns ist eine große Last von der Brust genommen worden. Der Angriff wird morgen beginnen. Wunderbar, am 11. Juli beginnt das infernalische Spektakel wieder. In der Nacht bebt der Boden eine Stunde lang von den Explosionen der Granaten. Wenn die Schurken, Granatsplitter pfeifen über unseren Köpfen und Fackeln steigen in den Himmel und beleuchten den Rauch, dann richten sie ihr Feuer in schweren Batterien auf uns. Dann richten sie das Feuer in schweren Batterien auf uns. Was ist hier los? Wollen diese Schurken auch uns angreifen? Eine Fackel nach der anderen schießt in den Himmel. Unsere Gesichter sind blass und versteinert. Von unserer Seite wird nicht geschossen. Doch Artillerieoffiziere, Licht- und Schallmesstrupps arbeiten fieberhaft. Dann wird das Feuer schwächer. Es muss die Ankunft der Artilleriereserve sein. Die Russen hatten mit dem nächtlichen Bombardement, das uns wahrscheinlich völlig überwältigen sollte, die Weichen gestellt. Aber um 4 Uhr morgens hörte es plötzlich auf. Das Schlachtfeld wurde wieder still. Der Angriff beginnt also am 11. Juli um 4 Uhr morgens. Auch unsere Seite ist vorbereitet. Unsere Truppen im Graben sind in ihren Verstecken eingegraben. Ihre Nerven sind angespannt. Es sieht so aus, als ob die ganze Wucht des Feuers auf uns gerichtet ist. Die meisten Bomben explodieren im oder über dem Graben, sodass der Rauch so dicht ist, dass man kaum sehen kann. Das Atmen fällt schwer und es gibt keine Möglichkeit, ihm auszuweichen. Nach ein paar Minuten kommt ein Anruf von der Kampfspäher-Kompanie. Ihr könnt es nicht aushalten, wir müssen uns zurückziehen. Die Antwort der Kompanie lautet, Gefechtsrückzug auf der rechten Flanke. Innerhalb weniger Minuten trifft der Kommandeur der Kampfspäher-Kompanie bei der Maschinengewehr-Kompanie ein und befiehlt dem Kommandeur der Maschinengewehr-Kompanie, das schwere Maschinengewehrfeuer auf die russischen Linien zu eröffnen. Einige Stunden später normalisiert sich die Lage wieder. Es ist Zeit für ihren Angriff. Unsere Augen versuchen, die Dunkelheit zu durchdringen, wo die roten Fackeln sind. Nichts ist mehr wie vorher, das Feuer erstirbt langsam. Jetzt ist es zu ruhig für unsere Nerven. Das erste Feuer von 36 Batterien beginnt plötzlich. 150 Geschütze aller Kaliber spucken ihre Granaten durch die feindlichen Linien wie das Geräusch eines Sägewerks. Sie heulen auf, sie pfeifen und zischen durch die Luft. Lichtblitze am Waldrand – das sind die Einschläge unseres Bombardements. Wir rücken im Schutze unserer Feuerschneise entlang der Bahngleise vor, von wo aus wir die Kontrolle übernehmen und unsere vorrückenden Infanterieregimenter decken. Die Russen, die die Bedeutung einer solchen Stellung erkannt haben, versuchen die Bahngleise zu stürmen. Unser Bombardement hat ihnen große Verluste beschert, doch immer mehr feindliche Kämpfer strömen heran. Mein Maschinengewehr bellt und spuckt seine tödlichen Kugeln gegen die Angreifer. Es ist herrlich. Der Bahndamm bietet eine hervorragende Deckung. Nicht eine einzige Granate versprüht ihre Splitter in der Nähe unserer Köpfe. Hier ist es wie auf einem Schießplatz, und das geht noch lange so weiter. Unsere Stimmung ist ausgezeichnet, manche machen sogar grausame Witze. Oh, wie kaltherzig diese jungen Männer geworden sind. Aber man sollte nie den Ernst des Augenblicks während der Schlacht vergessen. Er könnte sich bitter rächen, was in unserer Situation bei den Schießübungen geschah. Wir hatten das rechte Ende des Bahndamms völlig vergessen. Trotz all unserer Waldbrände gelang es den Russen irgendwie, dort ein schweres Maschinengewehr und kurz darauf ein zweites Maschinengewehr zu platzieren. Es hat uns viel Schweiß und Blut gekostet, sie vom Damm zu holen. Wir können unser Paket nicht auf dem Damm in Stellung bringen. Alles, was wir zur Verfügung haben, sind unsere Maschinengewehre und eine Menge Handgranaten. Eine Menge Handgranaten. Wir konnten sie in zwei Stunden von der Böschung wegbringen. Wir hatten einen toten Kameraden und andere Verwundete hinter den Büschen liegen und der Tag hatte sehr gut begonnen. Es ist zwei Uhr nachmittags, der Himmel ist tiefblau, es ist so heiß, dass man die Luft in Wellen über den Damm steigen sieht. Die Gleise rauchen, sie sind so heiß, dass die Schwellen glitschig sind und vom heißen Teer stinken. Es heißt, die Teerdämpfe seien gut für die Lunge. Scheißer! Da drüben liegt eine Leiche auf dem Boden, in die Brust geschossen wegen der blöden Szene auf der anderen Seite der Gleise. Die Russen hatten genug Zeit, um sich nur 300 Meter von uns entfernt einzugraben. Wenn wir genug hätten, könnten wir sie mit Granaten beschießen. Hätten wir genug, hätten wir schon zu viele Granaten geworfen. Zwei Männer sind zurückgegangen, um mehr Munition zu holen, aber sie scheinen nicht mehr zurückzukommen. Gott sei Dank. Die Russen haben den Drang verloren, uns weiter anzugreifen. Sie sind damit beschäftigt, sich einzugraben. Darin sind sie Meister. Ich schaue vorsichtig nach links. Was für ein herrlicher Anblick, soweit ich sehen kann, stehen Rauchschwaden über den Einschlagskratern unserer Granaten. Die Artillerie auf beiden Seiten tut ihre Arbeit und bildet eine schützende Feuerwand. Leider sagt mir die Position des russischen Feuers, dass wir nur einen Kilometer vorgerückt sind. Die Verstakung kommt in der Nacht, da wir für den Abend eine russische Großoffensive erwarten. Wenn wir keinen Schutz durch unsere Artillerie erhalten, werden wir den Wall mit eisernem Willen halten. Wir warten und warten und kein einziger Schuss wird abgefeuert. Es wird dunkel. Ich liege zwischen den Gleisen in einer Position der Wachsamkeit. Was war das? Es gibt ein klirrendes Geräusch und das Knirschen von Metallteilen. Fast sofort feuert einer von uns eine Leuchtrakete ab. Es fallen Schüsse und kurz darauf pfeifen Kugeln aus einem schweren Maschinengewehr über unsere Köpfe hinweg. Die Russen haben den Schutz der Dunkelheit genutzt, um sich unserer Stellung bis auf 100 Meter zu nähern und ein Höllenkonzert zu starten. Ihre Maschinengewehrsalven sind nur wenige Meter breit über der Spitze einer Reihe von Böschungsgeschossen angebracht. Sie schlagen auf den Gleisen ein, einige Granaten prallen auf schrägen Bahnen von den Gleisen ab. Das Zirpen der Infanterie-Karabiner ist leicht vom Surren und Hämmern der schweren Maschinengewehre zu unterscheiden. Die blutigen russischen wassergekühlten Maschinengewehre knistern wie tausend Wecker. Wir platzieren vorsichtig eine PK in einem der Kanäle unterhalb des Dammes. Zu unserer Rechten ist ebenfalls eine große Gruppe von Soldaten zum Schutz der Kanone postiert. Wir können nicht schießen, weil wir keine Sicht haben und die Leuchtraketen für einen späteren Zeitpunkt aufheben müssen. Wir liegen einfach da und warten, halten unsere Karabiner oder Maschinengewehre in den Armen, die Beine angewinkelt, bereit herauszuspringen und zu schießen. Unsere Hände greifen beruhigend nach den Granaten und Munitionsmagazinen. Die Besatzungen der leichten Maschinengewehre sind wachsam, bereit, den Lauf zu kippen und zu feuern. Als das Schießen aufhört, wird mir klar, dass es mein Nachbar ist, das grüne Horn, der heute den Brief bekommen hat, der mich so wütend gemacht hat. Er ist die Böschung hinuntergerollt, tot von einem Kopfschuss. Armer Kerl, er hatte mir heute, morgen noch Bilder von seiner jungen Frau gezeigt. Die Schießerei hat jedoch wieder zugenommen, neue Granatsplitter fallen, Die Luft ist erfüllt von den Gesängen und dem Heulen der abprallenden Kugeln. Es klingt wie das Knistern eines Feuers oder das Brennen von Tannenbäumen. Das wahnsinnige Feuer lässt plötzlich nach. Ein paar hungrige Karabiner spucken noch ihre letzten Kugeln aus den Magazinen. Dann herrscht absolute Stille. Wir springen auf den Bahndamm, beobachten und lauschen der Nacht. Wir halten uns die Hände wie Trichter hinter die Ohren, um besser hören zu können. Dann steigen die Leuchtraketen in den Himmel, zerplatzen und segeln langsam auf den Boden zu. Weitere Leuchtraketen steigen auf und wir schauen und lauschen weiter. Die Stille ist unheimlich. Wir spüren, wie unsere Herzen in der Brust und in den Schläfen klopfen, unsere Hände gräfen beruhigend nach Handgranaten. Weitere Leuchtraketen explodieren wie Feuerwerkskörper. Jetzt können wir sie kommen sehen, diese roten Bastarde, diese asiatische Mälte. Nächtliche Angriffe sind eine besondere Spezialität dieser Bande. Leuchtrakete um Leuchtrakete schießt in den Himmel. Wir eröffnen das Feuer aus einer Entfernung von 150 Metern, unsere Granaten treffen die Linien der Angreifer und reißen große Löcher auf. Doch es ist Nacht und das Gelände ist voller natürlicher Hindernisse. Eine Welle nach der anderen nähert sich. Ein erbitterter Kampf. Mann gegen Mann wird entlang des Kanals rechts des Dammes ausgetragen. Der Kanone dort ist die Munition ausgegangen und die Russen haben die Besatzung ausgelöscht. Unsere Maschinengewehre können uns die Bastarde noch vom Leib halten, aber wir können die Russen nicht vertreiben. Wie lange noch? Die Kuriere kehren ins Hauptquartier zurück. Das Artilleriefeuer von Fluke Mahl ist das Einzige, was uns hier helfen kann. Wir feuern immer wieder Signalfackeln in den Himmel. In der Mitte erhellen feindliche Fackeln die Szene. Auch rote Leuchtspuren steigen in die Luft. Im benachbarten Sektor, was für ein wunderbares Feuerwerk, was für eine großartige Illumination von Angst und Schrecken. Wir erhalten den Befehl, uns auf unsere Ausgangspositionen zurückzuziehen. Die gesamte Frontlinie soll auf ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Verdammt, es ist unglaublich, dass wir uns zurückziehen sollen. Wir, die 299. Infanteriedivision, müssen fliehen. Die deutschen Soldaten müssen das Fell diesen russischen Schweinern überlassen. Nun beginnt das Drama des Rückzuges, der uns viele Tote und Verwundete kostet. Wir erreichen unsere ursprünglichen Stellungen gegen 2 Uhr nachts. Unsere Artillerie gibt uns Deckung. Am 12. Juli wird unser Frontabschnitt von einer stärkeren Schutztruppe übernommen. Wir werden etwa drei Kilometer zurückgedrängt. In diesem Gebiet wird hinter unseren Artilleriestellungen ein massiver russischer Fallschirmabwurf erwartet, dem wir uns stellen müssen. In aller Eile werden Schrapnellgräben ausgehoben. Sie müssen tiefer gegraben werden, da es in diesem Gebiet keine Baumstämme gibt, die als Deckung dienen könnten. Es ist eine kahle Landschaft. Offenbar haben die Roten vor Jahren alle Bäume gefällt und das Wasser entnommen, sodass große Gebiete in Sümpfe verwandelt wurden. Mannshohe Sträucher bedecken die offenen Sumpfgebiete, aber nicht uns, die Angreifer. Die Russen, Meister der Tarnung und des taktischen Barrierenbaus, haben ihr Hauptquartier neben einem großen Wald am nördlichen Eingang zu diesem Kessel einer Landschaft errichtet. Der Waldrand wurde verwildert und ist daher mit Hecken und Sümpfen bewachsen. Unter den Hecken haben sie etwa zwei Meter tiefe Fluchttunnel gegraben, die im Notfall geflutet werden können. Die Bunker, in denen sie ihre Maschinengewehre aufstellen, sind von der Vegetation überwuchert und selbst mit den besten optischen Instrumenten nicht zu erkennen. Ein Deserteur hat uns erzählt, dass Hunderte von Rangern und Soldaten jahrelang daran gearbeitet haben, dieses Gebiet in seinen heutigen Zustand zu versetzen. Dörfer, die noch auf unseren Karten eingezeichnet sind, sind verschwunden. Wege und Straßen wurden vor einem Monat vermint. Dann wurde Gras über die Minen gesät. Auf den Wegen und Straßen liegen Handgranaten, die an Drähten im Gebüsch aufgehängt wurden. Sie haben heute Morgen auch zwei Kameraden vernichtet. Die Schrapnellgräben sind fertig, die Fahrzüge sind getarnt und die Geschütze halbkreisförmig eingegraben. Wir sind auf alles gefasst, was kommen könnte. Die Artillerie macht ein großes Spektakel. Der zweite Angriff begann heute Morgen um 5 Uhr. Die Granaten direkt vor uns werfen unaufhörlich ihre Splitter in die Luft. Weiter hinter uns brummt und rumpelt unser schweres Gerät, dessen schwere Granaten ganz nah an unseren Köpfen vorbeifliegen und auf Brücken wichtige Straßen und Depots zielen. Die russischen Truppen sind jetzt in der Mitte des Tages und wir sind jetzt am Mittag. Eine brutale Hitze fällt auf die Gräben und die Sümpfe um uns herum. Inzwischen ist es Mittag. Eine brutale Hitze prasselt auf die Schützengräben und Sümpfe um uns herum. Das grelle Licht der Sonne macht mich wahnsinnig, meine Augen brennen vom Starren in die Sonne. Mein Kopf schmerzt wie tausend Nadeln, die mich stechen. Verdammt, werde nicht ohnmächtig, mach das Beste draus. Es ist ekelhaft, unsere Kleidung klebt am Körper, eine stinkende Brühe, eine Mischung aus Schweiß und acht Tagen Dreck ist unter meinem Helm und läuft mir die Wangen hinunter, um dann in meinem Nacken zu verschwinden. Verdammt sei dieser Grabenkrieg, verdammt sei dieser blöde Sumpf, ohne Schatten und ohne Wasser zum Trinken. Am Nachmittag tauschen russische Aufklärungsflug Seuge in niedriger Höhe auf. Der obligatorische Angriff beginnt bald darauf, verursacht aber keinen Schaden. Von Zeit zu Zeit feuern sie auf unsere Stellung und versuchen unsere Artillerie zu orten, aber sie haben kein Glück. Am Abend klingt das feindliche Feuer langsam ab. Die Booten überbringen die neuesten Nachrichten. Die Frontlinie ist tausend Meter vorgerückt. Wir freuen uns über diese Nachricht, auch wenn es nur ein Kilometer ist. Wir sind in diesen schrecklichen Tagen gedemütigt worden. Am 13. Juli haben wir alle, außer dem Bereitschaftsdienst, ein paar Stunden geschlafen. Wow, wir haben wirklich geschlafen. Ja, das gibt es wirklich. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese wenigen Stunden Schlaf uns wirklich erfrischt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Mir ist schwindelig, alle Knochen schmerzen, weil ich in einem Loch hockend geschlafen habe. Also, raus aus dem Graben und die Knochen schütteln, obwohl die meisten von uns keine Gelegenheit dazu haben, weil die Russen unsere Stellung mit Morgenfeuer beschießen. Alle Sträucher vor uns sind gestutzt, die besten Gärtner hätten es kaum besser machen können. Unglaublich, Genosse, das hätte alles schiefgehen können. Jemand erzählt uns, dass er Geistertruppen gesehen hat. Ein anderer berichtet, dass sie hinter unseren Linien in Stellung gegangen sind. Wieder ein anderer spricht von neuen Waffen und einem geheimnisvollen Do-Gerät, das in Stellung gebracht wurde, um erstmals den zähen russischen Widerstand zu durchbrechen. Eine gewaltige Detonation von Kanonenfeuer unterbricht unsere Vermutungen. Ein Einschlag mit einem Schuss und eine Wand aus gelblich-weißem Rauch steigt etwa 500 Meter hoch und verdeckt für kurze Zeit die Sonne. Hunderte von Raketen, dem Rauchschweif nachzuurteilen, müssen es Raketen sein, heulen durch die Luft auf den Feind zu. Bald darauf folgt ein zweiter, dritter und vierter Schuss. Das ist ein seltener Anblick. Wir haben unsere Schützengräben verlassen und stehen oben auf dem Deck, um das Schauspiel zu bewundern. Es hat den Russen den Atem verschlagen, die von der anderen Seite keinen einzigen Schuss abgegeben haben. Ich erfahre mehr über das Spektakel. Zur Mittagszeit kann das Do-Gerät mehrere Panzerfäuste gleichzeitig abfeuern. Die Granaten sind mit Flammöl gefüllt. Sobald das Projektil auf dem Boden aufschlägt, spritzt das Flammöl überall hin und setzt alles in Brand. Die Wirkung muss verheerend sein. Trotzdem halten die Russen ihre Stellungen weiterhin. Unsere Köpfe sind blutig. Als wir versuchen, feindliche Stellungen auf einem Tail der Grenze zu durchbrechen, die Roten beginnen ihren Gegenangriff. Es gelingt uns, ihn zu stoppen, wenn auch mit höheren Verlusten als sie selbst. Wir haben fast das Ende unserer Kampfkraft erreicht. Die unerträgliche Hitze und die Brutalität der Kämpfe haben uns zugesetzt. Wir können den russischen Angriffswellen nur noch eine Weile standhalten. Wir brauchen frische Truppen. In den letzten zwei Tagen haben das 529. und das 528. Infanterieregiment 380 bzw. 304 Mann verloren. Die Ersatztruppen kommen nur sehr langsam. Riesige Granaten schlagen in unsere Stellungen ein. Sie reißen riesige Brocken aus dem Boden. Was für eine Ehre, dass diese Herren ihre großen Kaliber an einen Haufen armer Ameisen wie uns verschwenden. Jetzt wird es ernst. Die Roten haben Eisenbahngeschütze auf die Strecke in Richtung Zitamir gebracht, wo sie außerhalb der Reichweite unserer Geschütze sind. In der Nacht gelingt es den russischen Schweinerangreifern unter schwerem Beschuss, uns einige Kilometer an den Stadtrand zurückzudrängen. Ich könnte vor Wut und Frustration weinen. Nichts geht mehr. Mein Körper will nicht mehr mitmachen. Meine Nerven singen wie Telegrafendrähte. Werde ich meine Heimat je wiedersehen? Die heutige Bilanz. 20 Tote, 11 Vermisste und 163 Verletzte. Liebe Roselle, mein Stiefbruder, behalte deinen Vater in deinem Gedächtnis. 14. Juli. Wir sollen heute Morgen um 8 Uhr angreifen. Doch der gestrige Sturm hat die Straßen überflutet und unmöglich gemacht. Was nun? Der nächste Funkspruch kommt gegen 9 Uhr morgens. Angriff verschoben, in Verteidigungsformation umstellen. Die Russen werden also wieder angreifen. Ja, und wie heftig sie angreifen. Die Großkaliber schwirren über unsere Stellungen. Die ganze Serie von Granaten wird von kleineren Kalibern und Granaten mit großer Splitterkapazität begleitet. Nacheinander werfen die Bomber ihre Eier in niedriger Höhe ab. Die Kampfflugzeuge feuern Maschinengewehrsalven in unsere Schützengräben. Es ist ein höllisches Schauspiel, das einem den Verstand rauben kann. Auf halbem Weg zum Wahnsinn kauern wir in unseren Schützengräben. Rings um uns herum wird der Boden vor unseren Augen in die Luft geworfen. Links und rechts, hinter uns, tanzen Flammen. Mein Haar ist versenkt. Ein großer Erdklumpen fleigt gegen meinen Helm und macht mich für einen kurzen Moment bewusstlos. Und dann kommen sie, die verdammten Russen, hurra, hurra. Die Ersten nähern sich uns auf etwa 50 Meter. Wir klettern aus unseren Schützengräben. Die Maschinengewehrmannschaften halten sich zurück, um uns Deckung zu geben. Sind das dieselben Leute? Ihre Gesichter sind bis zur Unkenntlichkeit verzehrt. Der Hass und die unendliche Wut auf diese Hunde löscht jeden Gedanken aus. Wir beenden den Angriff eine halbe Stunde später. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten der Tötung. Es ist unfassbar, aber wahr. Wir rannten vorwärts wie mörderische Verrückte. Wir schossen, schlitzten auf und schlugen zu. Wir fielen, standen auf und rannten wieder weiter. Ich kann mich nicht mehr an alle Details erinnern. Und sieh uns an, mein Hemd ist zerrissen, meine Hände und Knie bluten und überall auf meiner Uniform sind Blutspuren zu sehen. Am Kragen meines linken Stiefels hängt ein Stück pulverisiertes Gehirn. Ich muss kotzen. Das reicht. Jetzt kommt die Reaktion. Ich fühle mich schwindelig und habe Schüttelfrost. Nervöses Fieber. 15. Juli Ich habe 20 Stunden durchgehend geschlafen und fühle mich jetzt viel besser. Die großkalibrigen Granaten und Bomben haben das Aussehen unserer Stellung stark verändert. Ich kann mich darüber nur wundern, denn als ich gut geschützt im Zelt des Arztes lag, habe ich nichts von den Feuerspielen bemerkt. Ich muss geschlafen haben wie ein Toter. Eine glühende Hitze schwebt über unserer Position. Das Wasser sammelt sich in großen Pfützen in unseren schlammigen Gräben und verströmt einen Geruch von Verwesung. Die Luft und der Boden sind voll von Insekten. Schwarze Fliegenmassen versammeln sich auf allem Essbaren. Abgesehen von leichtem Artilleriefeuer war es ein relativ ruhiger Tag. Die Ruhe hat mir gut getan. Ermutigt werden wir auch durch die Worte der reichen Nau, die uns ihre Hochachtung für unseren Mut und unsere Tapferkeit ausspricht. 16. Juli Die Frontlinie hat sich nicht bewegt. Es finden keine nennenswerten Kämpfe statt. Gelegentlich sind einzelne Gewehrschüsse, das Rattern eines Maschinengewehrs oder sogar etwas Artilleriefeuer zu hören. Gegen Mittag greifen Bomber unsere Stellung an. Ein Munitionsdepot wird von der Explosion getroffen. Acht Kameraden werden getötet und viele weitere verwundet. Das laute Gefechtsgetöse kommt von der linken und rechten Flanke. Dort greifen offenbar Divisionen frischer Truppen an und kommen gut voran. Müssen sich die Russen nun endgültig zurückziehen? 17. Juli Wir wurden heute Morgen mit feindlichem Feuer gesegnet. Deren Bombardement hämmert eine Stunde lang auf unsere Stellungen ein und die Flugzeuge erscheinen überraschend. Sie fliegen etwa 20 Meter über unseren Köpfen und schießen in unsere Kolonnen. Das Spektakel endet plötzlich. Sie schießen nicht mehr auf uns. Dann erhalten wir die Nachricht, dass sich die Russen zurückziehen. Wir können es nicht glauben. Zu viele Falschmeldungen haben uns in den letzten Tagen aufgeregt. Aber es stimmt doch. Unsere Artillerie feuert auf die sich zurückziehenden russischen Einheiten. Am Nachmittag erhalten wir den Befehl zum Angriff. Bei Einbruch der Dunkelheit erobern wir ein etwa vier Kilometer langes Stück des Totenwaldes nordöstlich des Zwerbergs. Die schrecklichen zehn Tage des Grabenkriegs sind zu Ende. Der Krieg mit all seinen Schrecken, stundenlangem Artilleriebeschuss und blutigen Kämpfen, Mann gegen Mann ist endlich vorbei. Unsere Augen füllen sich mit Tränen der Freude. 18. Juli Die Roten müssen enorme Verluste erlitten haben, denn unser Artilleriefeuer war gut gerichtet. Stücke von Baumstämmen liegen auf dem Boden verstreut. Unser Bombardement hat den Waldboden zertrümmert und inmitten der Zerstörung liegen hunderte von Leichen, zertrümmerte Ausrüstung, Fahrzeuge und alle Arten von Waffen. Die Leichen der die Feinde, die wir so sehr hassen, liegen in riesigen Haufen vor ihren Stellungen. Die Körper sind geschwärzt und von der Hitze angeschwollen. Der schreckliche, stechende Geruch der Verwesung durchdringt den Wald. Endlich können viele unserer Kameraden begraben werden. Viele Einzelheiten der Kämpfe der letzten Tage erinnern mich an die schrecklichen Kämpfe im Wald von Labisache vor einem Jahr. Aber der russische Feind ist anders als die Belgier und Franzosen von damals. Damals kämpften wir gegen Männer, die wie Soldaten Intelligenz, Ausdauer und Erfahrung einsetzten. Der Feind hier gleicht einer gefühllosen, seelenlosen Maschine der Zerstörung und des Todes. Wir haben sie unter unsere Kontrolle gebracht. Die Franzosen hätten aus der Erfahrung gelernt und versucht, unnötige Verluste zu vermeiden. Diese Jungs hier kämpfen wie verrückt, bis sich nichts mehr bewegt. Sie geben niemals auf. Es wird Nacht und wir sind im Wald in Alarmbereitschaft. Wir wissen, dass sich noch viele Russen versteckt halten. Die Nacht ist völlig dunkel und in jeder Ecke des Waldes könnte sich ein Russe verstecken, der auf der Pirsch ist. Ich bin unruhig. Endlich kommt der Morgen und mit ihm das obligatorische Artilleriefeuer. 19. Juli Ich bin hungrig. Das Essen ist seit Tagen knapp und schlecht. Auch Zigaretten, das Koks der deutschen Soldaten, sind nicht erhältlich. Es regnet. Der blutige Gestank der Leichen ist schlimmer denn je. Wir haben den schlimmsten Fall von Malaria. Die Briefe von Roselle zu lesen, ist meine einzige Freude. Ich bete zu Gott, dass sie gesund und munter zurückkommt. Juli Die Roten haben eine neue Verteidigungsstellung eingenommen, die sie mit aller Kraft zu halten versuchen. Es handelt sich um die dritte Bunkerlinie von Novo Grat-Wallinok, die Teil der stalinischen Linie ist. Wir haben uns bei dem Versuch, diese verdammten Betonbunker zu stürmen, die Köpfe eingeschlagen, denn wir sind so erschöpft, dass sie nicht damit rechnen, dass wir eine zweite Angriffsrunde wagen werden. Gott sei Dank werden wir durch neue Truppen ersetzt. Wir bleiben im Wald in Alarmbereitschaft und graben unsere Schützengräben in der Nähe einer Gruppe von Artilleriegeschützen, die als Verstärkung herbeigeholt wurden. Wir waren immer die erste Verteidigungslinie und hatten noch nie die Gelegenheit, das Abfeuern von 21 Zentimeter langen Kanonen aus nächster Nähe zu erleben. Unsere Augen und Münter sind vor Staunen über diese Waffen weit geöffnet. Erst sind sie erstaunt, dann schützen sie ihre Trommelfälle vor dem donnernden Führer, eines solchen Ungetüms, das eine Besatzung von 40 Mann erfordert. Es schießt bis zu einer Entfernung von 40 Kilometern, und das Geschoss wiegt drei Zentner. Die Wirkung des Schrapnels erstreckt sich über einen Berage von etwa 1000 Metern, was ausreicht, um vielen Russen die Backenzähne auszuschlagen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Ein einziger Schuss kostet etwa 2000 Mark. Die Leute kommen zur Spendenbox. Wer hat noch nicht gespendet? Wer will noch ein LOS kaufen? 2000 Mark pro Los. Das ist die Summe aus dem Erlös der Spendenboxen von Pranheim und Romestad zusammen. Machen sie sich auf etwas gefasst, Sammler, denn heute wird viel mehr geschossen. Die Gewehre hier sind übrigens eine Beute der Tschechoslowakei und wurden von Skoda hergestellt. Sie waren ursprünglich für die türkische Armee bestimmt, landeten aber in der deutschen Armee. Ja, der Sudetenland-Feldzug hat in der Tat etwas Gutes gebracht. Am Abend hält unser Kommandeur eine Rede, die uns mit Stolz erfüllt. Die 299 Infanteriedivision hat dem Druck der russischen 5. Armee tagelang standhalten können. Die Russen haben ihre Elite-Truppen der Moskauer Verteidigungskräfte in den Kampf geschickt. Ihre jüngste Aufgabe ist es, einen Keil zwischen uns und die von Kleist-Gruppe zu treiben. So viel zum heutigen Video. Vergesst nicht, es zu abonnieren und zu liken, damit wir euch weiterhin mit Inhalten versorgen können. Bis zum nächsten Mal.